Was? Es gibt ne neue Arena? Ja. Genau, die Champion Arena kommt bald raus. Irgendwann heute soll der Patch ja rauskommen. Mhm. Fun, nice. Hm, noch zwei neue Autos gibt's auch. Ja, ich hab jetzt mal neue Autos reicht. Okay. Ich suche schon mal. Boah. Gibt's da irgendwas cooles? Dann gibt's halt natürlich neue Hüte, Spuren. Ja. Alles neu, ein paar. Standard-Nachneid. Und die Torexplosionen variieren dann. Mit mehr Effekte und so. Uh. Bin ich ja mal gespannt. Aber erstmal jetzt zu gewinnen. Kaka muss schlafen. Was? Das war ein Scherz. Weil wir so'n Scheiß nicht schlafen können. Ah. Da muss ja erst mal wieder reinkommen. Naja. Die ganze Woche nicht gespielt. Was? Das war echt das mal rein. Oh. 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 Beide ausgespielt. So weiß ich. Es wird sein, dass der andere zu schnell war. Ja, freut er sich, ne? Ja, sicher. Oh mein Gott, das trifft er nicht. Dann traue ich nicht. Ja, natürlich nicht. Ich wollte gerade sagen, du triffst in der Ehe, ich kann direkt rauf fahren. Oh, das ist ja toll, guck mal an. Ja, den hätte er haben. Auf jeden Fall, das wäre dann dadurch ein Freegoal. Du fährst. Logisch, logisch, das weiß ich noch. Oh, falsch getroffen. Egal. Mein Booster wurde hier geklaut. Was drauf? Ja, ich war sofort. Ja, und du? Ich hab aus Versehen wieder, ähm, ja. Boah. Ich bin der Knopf, was er denn will? Nein, das war an diesem D-Knopf, weißt du. Aber ja, kommt doch gleich wieder. Okay. Oh, man spammt ja eine OMG. Oh, man spammt ja eine OMG. Ja, wo? Ja. Oh, nein. Ah, nein. Ja, wir haben noch einen. Oh mein Gott, der Fischte noch. Oh, 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 schön gemacht. Oh nein, jetzt hab ich keinen Muss mehr. Jetzt hab ich keinen Muss mehr. Jetzt hab ich keinen Muss mehr. Ups. Ich, der ich jetzt mich freuen würde, die nicht so gut sind, ne, aber... Von ihm lieb. Ah, nein. Das wär auch zu viel gewesen. Nein. Das wär auch zu viel gewesen. Das ist... Ja, erst hab ich mich so leicht anspielen, weißt du. Scheiße. Ah. Ich würde es machen, wenn ich den Ball treffe gewonnen. Irgendwie hab ich einen Schnitt in der Vokille. eine woche nicht gespielt ist schon der ganze spiel weg einfach mit nach rein facken gebeten vor weil es auch ein tor eine rettung und schluss immerhin und du hast noch nicht geflucht du hast noch nicht geflucht das glück ich bin schön ja ich bin ja ich bin nicht ich bin ich bin ich bin Ja, das ist die Leidenschaft. Ja, das ist die Leidenschaft. Ja, warte. Oh, schau. Na, komm ich da nicht hin. Ei, ei, ei. Ah, schön. Schön. Ja, komm bitte. Oh, der wär schön geworden, Geber. Der wär richtig schön geworden. Oh, ich hab's da geil. Ich hab's da geil. Passiert, du hast ja schon zwei Tage mehr. Einer, Geber. Oh mein Gott, er ist nicht gut getroffen. Ah, der hat den mit dem Dach verrückt, ne? Äh, ich fliege. Dieser. Danke für die Vorlage. Gohle. Da wollte er mich weghauen, ey. Das ist nicht falsch. Ja, hätte er auch beinahe geküsst, ne? Ja. Ah, aufgegeben. Komm, in 15 Sekunden noch 4 Tore packen. Immer. Was ist los mit dir? Warum bist du selber zu reich? Weil ich immer schlechter gerankt wurde. Warum hast du weiter gespielt? Dann hab ich ja... Doch, hab ich wohl. Ja. Mit Silent Boop. Mit dem Silent Boop. Du bist ja Matsubub. Ja. Ah, mit Silent Boop, ne? Ah, kein Gott, ne? Nein, ich bin das Beste. Wir müssen gleich Lois spielen und spielen eine Runde Draven. Ja, war aber geil. Ach, der ist schön rockend. Werde fertig. Du König. König! Okay, ich akzeptiere das einfach mal. Ja. Aber das wär... Das wär geil, wenn das bei mir jetzt gewesen wär. Ich bin grad einmal aufgestiegen. Da stammt irgendwas. Immer vor den 2 Stunden. Ich mein, 2 Stunden ist den ganz, ne? Patchstammt. Ja. Ja. In 2 Stunden wird dein Account gelöscht, Gemmo. Ob wir es schaffen, wir sagen, Gold zu werden? Wenn's so weiter geht, ja. Das hab ich ja noch nie erlebt, ey. Wenn Kessler dafür so was... ...Liga-Aufstieg. Oh mein Gott. Der hab ich so gut gedrückt gehabt, ey. Ja, wir haben das auch, der Thor 2. Ach, der ist gar nicht da, ja, ne? Das ist das Schisschen. Bye! Ja, das hab ich anders gemacht. Jetzt aber du. Ich mach's jetzt nicht. Ja, ja. Nein, nein, ich... Du musst... Vielleicht siehst du das noch. Da. Ich konnte ihn nicht besser treffen, weil der Ball schon zu weit gesprungen ist. Ja. Das stimmt. Ne, den machst du jetzt safe und dann spieg ich auch da rüber. Ja. Ja, ich hab ihn nicht richtig gemacht. Da, okay. Wenn du's. Ja. Da, das ist ja so. Na, klar. Mach's zu. Da, klar. Ja. 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 Ja, das ist ja so. ich wollte ihn eigentlich nur anstaunen jetzt feste ich habe kein bus Es war mir so, dass es mir so richtig war. Where is Dörr? Oh my god. Noo, wir sind da. Oh my god. Habit! Habit! Habit, habit, habit. Okay, Cha-Cha. Das war mein Fail da an der einen Stelle. Da hab ich gefailt. Aber egal, kann passieren. Einer muss doch von dem Team scheiße sein. Diese Zeit hab ich doch wieder erschossen. Ach, Romano. Kommt. Wir fahren mit rein. Ich fahre drauf. Okay. Das wird doch schön gemacht. Komm mal rein. Also. Geht doch. Ja. Also ein bisschen Ruhe gemacht, weißt du, dann ging das. Ja. Guck mal, war kein Gegner da. Ja, genau, war kein Gegner da. Du bist von... Du bist von... Oh oh. Oh, nicht perfekt getroffen, aber reicht. Ja, nur weil schön scheiße gebraucht ist dabei. Ach ja. Boah, wie fliegt der denn, ja. Oh fuck. Ich fahr mal hinterher. Ich bring ihn in die Mitte. Ah. Nein. Okay, wir können auch nochmal gerne bohlen. Oh mein Gott. Ach nein. Das ist ja auch noch getroffen. Ja, aber in die falsche Richtung. Nein. Ich bin echt, dass wir da sind. Ich hab mir gefreut. Ich hab mir gefreut. Ich wollte grad abspringen da. Oh mein Gott. Ja. Ja, ich weiß nicht. Weißt du was? Irgendwie hatte ich das so im Gefühl, boah, den kriegst du jetzt. Aber leider auch in die falsche Richtung, weißt du? Boah. Boah. Minimal berührt, weißt du? Nein. Ah. Das stimmt. Da hab ich aber noch gehauen von den anderen. Weil ich den da dringengeschubst hab. Der ist über mich drüber gesprungen dabei. Ihhh. Richtig ekelig. Egal. Komm mal hinterher da. Üb das jetzt. Bis das perfekt sind jetzt. Fang aber mach. Oh, danke. Boah. Da hab ich dann dringeschrungen bin. Hahaha. Hätte in die Hose gehen können. Hahaha. Oh mein Gott. Und der Typ bleibt auch noch stehen. Oh nein. Oh nein. Alles da, Gemmo. Eifer, du gewartet, habe ich. Guck. Da war eine so schön geschossen, ey. Ja, der hat den noch berührt mit dem Hintergrund, oder weißt du? Hahaha. Aber da stand ich da jetzt lieber richtig. Ja. Hast du den safe reingemacht. Ja. 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 Wer so nennt mich da vorbereitet. Sag. Sag. Hast du schon gedacht? Danke. Ja. 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 Liga 3. Haha. Trotz der Siegeserie. Ich krieg gleich silber 3. Wenn wir gewinnen sollen. Lass er auch tun. Departee Das wird's gewesen Da hab ich gefehlt Matzo Egal Ja ok Die hatten halt im Vortrag, hat sie halt Ja klar Ich wollte da einfach nur verlängern Aber da hab ich mich schon verschätzt gehabt Ja aber ich hab mich da schon verschätzt gehabt Du fährst drauf Jo Ich mach safe Er kippt mich doch noch durch Nein Safe Das Tor Wollte safe Achtung noch mal Ja ja ich spiel nicht so komisch raus wenn du hörst Nein Irgendwenn ich zu später pushen Ja komm pass auf Ja komm pass auf Komm bitte Oder auch nicht Okay wir können Oh mein Gott ich bin nicht auf dem Scheiße Nein dann bin ich zu früh nach links Ist gut Oh mein Gott Nein war perfekt, war perfekt Ich weiß nicht ich hätte bestimmt nicht den beiden Oh mein Gott Hab ihn richtig getroffen gemacht Ja ja so das war so ein bisschen befreit mehr spieler aufgabe nein ich kann nicht nur ich bin nach vorne spiel ich habe ja auch nicht so durchsetzt die irgendwo in den seiten der komite ich wollte mich ob es gekommen Was ist denn immer? Wollen wir zurückzukommen? Geh dran? Geh dran! Warum verschätzt du dich da? Nein, jetzt hab ich den Fall schon getroffen. Oh mein Gott, ich hab auch zu sehen, ich will nicht was du da bist, ich will nur einfach Nein! Ich dachte, ja, 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 jeselt! Ohohohoho! Wuhuhu! Gut gemacht, der Boy! Wuhu! Ja! Ah, ne? Durch, durch, durch! Oh mein Gott! Hat den nur so komisch abgefälscht? Nein! Obwohl... Oh, ich komm, ich komm! Oh mein Gott! Der ist trotzdem drin! Hehehehe! Da hatte ich keinen Wurf mehr! Ich bin voll ganz schnell durchgereift! Hehehe! Nein! Der hat nicht was reingemacht! Der hat auch keiner reingemacht! Wollte grad sein, musst du da ja ran! Ja ja! 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 Boah! 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 Na ja! Boah! Oh, da kommt einer. Uiuiui. Nein, ich habe Fähigkeiten. Vorsicht. Fett in die Mitte. Das ist richtig schön, aber richtig schön. Safe. Safe sage ich dir. Jetzt steige ich den Silber 3 auf und du küsst jetzt dein Liga 4. Ja, das stimmt sogar. Ah, fuck, ich aber nicht. Ich bin echt Liga 4.